das nächste Mal den Zuliebland-Granathen Lass dich nur nicht von ihm schnappen, also ich glaube der lutscht dich und spuckt dich aber nie wieder aus Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 Mit Bier! Weckschut! Ich hab' Brosexer 6 So, wir rufen uns jetzt erstmal durch das Schiff hier Das sieht man wieder ganz schön... Oh, er hat schon die erste Metal gefunden, wunderbar So muss ich fleißig sein Wir sind schnell und effizient heute Oh fuck, ich hör' schon wieder was Ach guck mal, da ist einer Ah, der ist mal im Roundhouse-Kick, Junge Wieso ist denn da eine geplatzt? Keine Ahnung, aber der kriegt erstmal ein Schlick Deswegen ist er geplatzt Oh, ich mach's mit Granaten Na komm her Ach, der hat Schutz Aua, das war aber nicht ne Oh shit! Alter Alter Ich hab' keinen Bock mehr Ist mir echt zu stressig mit den Jungen Wie war das mit schnell und effizient? Ja, ich bin höchstens schnell tot Ja? Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Nicht gut Ist echt nicht gut hier was hier abgeht Wir haben hier jetzt schon so viel Leben verloren Das Spiel hat grad mal angefangen Wie schnell und effizient Wie schnell und effizient Weil hinten ist was zum Heal Wie schnell und effizient Wie schnell und effizient Wie schnell und effizient Wie schnell und effizient Ist doch so voll Wie schnell und effizient hab' den Und wenn wir da Ja Und leider geht's Profis. Wow! Mal durch um die Hunde. Ah ja, um die Hunde ist gut gemacht worden. Die Beine ist auch gut gemacht worden. Wow, was war das denn? Ein Wubau-Bau-Bau. Oh, tschüss. Ja, guck mal, ein bisschen Explosion hervorhuten, Alter. Ich mach mich damit fast mit in den Tod reißen. Ach ja. Nur mal. Hinter dir. Oh, ein Routers geht. Oh, fang ab, der fliegt, Alter. Ey, Kraut wohl. Ah, hier hinter dir ist viel Spaß. Äh, ich hab keine Blattgranaten, scheiße. Ich hab keine Blattgranaten, das ist so ne Scheiße. Ah, ich hab erst tot. Ich hiel mal eben kurz. Nein, der sieht nicht tot aus. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, ich glaub, ich hast da hingeracht. Der droppt nicht mal was, dieser kleine elende Penner, ey. Ego ist, wie er im Buche steht. Das nächste Mal, das nächste Mal geb ich ihn einfach mit der dicken Wumme. Und zwar nicht mit der dicken Wumme, sondern mit der dicken Wumme, ey. Oh, hier ist ne Blattgranate. Oh, fantastisch. Ey, wir haben noch ne Routbrüß. Toll. Die Blendgranate. Aha. Wie dumm, ey. Ich hab so viele Granaten, die ich so verballert. Ey, wie diesen Scheiß Wichser. Ist mir auch spannend. Irgendwie gefallen mir diese Container hier nicht. Viel zu viele Platz, wo man sich verstecken könnte. Okay, aber wir sind natürlich auch versteckt. Hier ist Schrotklamonie. Boah. Was ist das denn hier? Das ist... Ich hab ein Knöpfchen gedrückt. Muss ich da drunter stellen, da muss ich das Knöpfchen drücken, dann... Weißt du? Ich glaub nicht, dass es so gut wäre. Also, das ist Slim Fast. Oh mein Gott. Ach ja, bisschen mehr Munition. Okay, ich mach auf. Na toll. Also, hier komm ich schon mal nicht durch. Alleine. Schade, dann muss ich dich doch mitnehmen. Ist ja eigentlich so nichts, was du brauchst, deswegen... Zwecklos, ich brauche eine Schlüsselkarte. Hm. Auf eine Schlüsselkarte. Hm, wie kommen wir hier am besten durch? Ah ne, warte mal, wir können ja hier durch. Wir sind ja, wir können ja doch zu zweit hier rein, komm mal her. Ja, paar Stahlpflege, einfach mal so wegschieben. Ich frage mich, warum da überhaupt ein... Müllcontainer steht. Oh ne, egal. Das ist nicht unser Bier. Redhawks, geil. Oh, ein Spray. Oh, verdammt, was hat er so vor? Und cool. Und cool. Und cool. Äh... Ich glaube... Hast du noch ne Blattgranate? Oh... Oh Scheiße! Die ist nicht hier durchgekommen. So ne Scheiße. I'm sorry. Das nächste Mal den Tüli Blattgranate. Das ich nur nicht von dem schnappen hatte. Ich glaube, der lutscht dich und der spuckt dich aber nie wieder aus. Oh, ich glaube das war Arsch. Hier ist noch ne Blattgranate, falls du brauchst, ne? Am lieben. Den hat's gerissen. Ähm, hier muss ja irgendwo die Metal jetzt sein, oder? Ich glaube, du musst mich hier auch irgendwie befreien, weil irgendwie komme ich hier von alleine nicht so ganz nah. Warte, ich geb das irgendwo nie. Ich muss hier auch irgendwo nicht zugehen. Ah, da in der Container ist sie drin. Hier. Ah, schmeiß ich gleich was rein. Aber... Ich will ja nicht irgendwie aufdringen, wie es halt immer so war. Verdammte Scheiße nochmal, hol mich hier irgendwie raus. Das ist echt beengt hier. Und vor allem, du hast ja auch nicht viel zu gucken. Da ist ne Kiste, da ist ne Leiter, keine Lampe. Da hinten schießt Ding einer, oh mein. Was ist da drin? Oh, hallo, wow, wow. Geht's? Ach, komm wieder. Ich setze erstmal an der Richtung rum. Ach, und du? Hallo? Oh, das war's schon. Ah ja. Hat er sich selbst in den Griff gesprengt? Idiot. Meine, was? Das waren jetzt ungefähr zwei wowwows. Ach, guck mal, da ist noch einer. Hallo. Oh mein Gott. Ah, was hat jemand hier mit den Kicker gemacht? Au. Das war aber nicht der. Der Spieger, alter. Ja, der ist noch weg. Ach, kick mal an, ich bin wieder frei. Hast du gesehen, die Metal? Ja, ich hab's gesehen. Ich schmeiß dir jetzt auch was rein. Ich würde sagen, wir haben den. Das ist ja alles wunderbar. Wohin geht's, Chef? Ich habe den. Erstmal. Du hast gar keinen Platz im Moment, du Penner. Ich hab nämlich Gewehr-Munition für dich. Ich glaub, ich kann nachlaufen. Jetzt kannst du mir die Muni geben. Perfekt Perfekt Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube dort wo du eingepunkert wurdest Stimmt, da kannst du natürlich auch noch weiter eingehen Krautgrün Da hinten war eins rot Warte, komm her Den hier Jo Du bist... Hey, warum bist du nicht vollgehealed? Warte 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 Ich meine, du hast dich schon ordentlich aufgerockt. Ich will keine Gegend haben wie Jesus. Was haben wir hier so schönes? Ein bisschen hier längs. Da hinten noch irgendwas? Weiß nicht. Musik ist noch am Laufen. Oh. Oh, guck mal. Mit Gold. Glitzerglitzerfunkel, Alter. Oh. Doch, wo ist jetzt die letzte Medal? Geld regiert die Welt. Scheiße, ob das Geld abzupfen. Die SAA-Metals ist nämlich die letzten gesamten Spiel. Dann haben wir sie nämlich alle. Alle. Wie finden wir noch? Und rein da. Oh, ich glaub jetzt geht's wieder ab ins Warme. Ist es etwa kalt? Ach, ja. Auf dem Schiff, ey. Das schäumt mich ganz so schwer, ne? Ja, ich bin offiziell voll. Einmal oder so. Ja, ich hab nur rot-grüne, Alter. Ich würde eher mit dem grünen heilen. Kann ich dir irgendwas geben? Kannst irgendwas nachladen? Kann ich dir nachladen? Du hast schon nix. Hast du wirklich zwei Gewehre? Ja, ich hab nur das eine für die Medal mitgenommen. Na, warte mal. Ich darf mal die elf Schuss hier weg. Ist scheißegal. Nehmen wir mal das Grün. Benutzt das hier. Steig. Und dann haben wir wieder. Die Plätzchen frei. Und ein bisschen Gehirn. Das hat mich nur elf Schuss gekostet. Elf verdammte Schuss. So. Und unten da. Einfach mal ohne zu gucken. Macht Spaß. Der Tanker ist so großartig. Es wird nicht leichter finden, Wesker zu finden. Das ist kein Problem. Als er weiß, dass wir hier sind, er wird uns finden. Und wie wissen Sie das? Ja, du hast ja kein Platz im Winter. Du kannst mir die Granate geben. Ja, du hast ja kein Platz im Winter. Du kannst mir die Granate geben. Oh, Junge. Die hat nur fünf Schuss. Das ist ja echt behindert. Das musst du eigentlich ein bisschen updaten. Sonst bringt dir das ganze gar nichts. Oh. Oh, schon wieder so. Wieso hast du eigentlich zwei Sniper gewählt? Ja. Immer noch wegen der einen Metal. Halt! Was ist hier passiert? Nichts, was sich an beide von euch interessiert. Wir geben dir keine Option. Jetzt spiel es aus! Sag uns, was wir wollen wissen, und du siehst nicht. Wo ist Wesker? Wenn du dich selbst behalten kannst, vielleicht erzähle ich dir. Und weg ist sie. Ich gebe ihr so viel. Was ist das? Chris, ist das? Was auch immer es ist, Excella scheint sich zu schützen. Los! Los! Spritze es dir rein! Spritze es dir rein! Hey Ladies first, kennst du es doch? Es kann nur gut sein. Es kann echt nur gut sein. Einschalten. Tricell! Aha. So. Na ja, Alter, ich hab hier alles kaputt zu machen. Hat Geld gekostet. Oh, guck mal was ich da gefunden hab. Was? Errungenschaft freigezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, ich auch. Perfekt. Wir haben alle Mendels. GG. Das können wir das Spiel eben beenden. Ich hab hier. Ich hab hier. Daher.